Es ist leider jedes Mal dasselbe. In deiner Umgebung sind Menschen, oder generell nicht nur in deiner Umgebung, generell Menschen, jedes Mal, wenn du daran bist, etwas zu verändern in deinem Leben, dich zu verbessern, egal in welcher Lage, du machst irgendwie Sport und was weiß ich, auf einmal gibt es dann diese Menschen, die dann immer was dazu sagen wollen, und das ist dann meistens etwas Negatives, dass du hier spinnst oder sonst irgendwas. oder dich kaputt machst. Du musst eins verstehen. Viele Menschen haben Angst davor, sich zu verändern. Viele Menschen wollen sich nicht verändern. Viele Menschen sind in der Komfortzone. Viele Menschen gönnen es einem nicht, wenn man sich verändert, oder können nicht dabei zusehen, wie jemand in einem Wachstumsstadium ist, oder in einer Wachstumsphase ist, und gönnen ihm diesen Erfolg nicht. Was du verstehen musst, ist eins. Du lebst nur für dich selbst. Die Meinung von den anderen Menschen kann dir scheißegal sein, weil am Ende des Tages zählt nur, was du den ganzen Tag tust, für dich selbst. weil niemand tut irgendwas für dich. Du musst dir alles nehmen, was dir zusteht. Du musst an dir arbeiten, du musst fokussiert sein, du musst brinden, du musst hustlen, du musst an dich glauben, und darfst dich nicht von irgendwelchen negativen Kommentaren, von irgendwelchen Menschen, die nichts mit ihrem Leben anfangen, kaputt machen lassen. Du musst weiterhin an dich glauben. Geh deinen Weg. Es ist egal, wer was zu sagen hat. Guck dir immer die Quelle an. Guck dir diese Menschen an. Mach dir bewusst, wer diese Menschen sind, die dir etwas Negatives zu sagen haben. Guck dir diese Menschen an. Dann darfst du gerne diesen Vergleich machen. Vergleich dich mit diesen Menschen. Und guck sie dir ganz genau an, weil meistens sind es nur Hater. Meistens sind es nur irgendwelche Menschen, die Hauptsache was Negatives sagen, damit du nicht an dein nächstes Level kommst. Denk immer daran, nur du bist wichtig. Du bist der wichtigste Mensch in deinem eigenen Leben. Du baust dich selbst auf. Du bist am Branden. Du bist am Hustlen. Was die anderen sagen, lass sie reden. Glaub weiter an dich. Lass dich nicht aufhalten. Peace.